Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich spüre heute wieder Five Nights at Freddy's Sister Location. Ähm, ja letztens sind wir ja bei Nacht 2 aufgehört. Oh ja. Tür aufmachen. Ja, meine Lieblingsmusik. Oh, die ist so nervt, die Tür. Let's start with your nightly chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but... ...whatever. Das ist der übelst genervter Typ. Huh. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. Und schmeckt das? Hat anscheinend super funktioniert. Ich weiß, ich weiß, das habe ich in dem letzten Video auch schon alles gemacht. Ich habe halt mitten im Vent gestoppt. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for Showtime tomorrow. Deshalb, ja, kennt ihr das vielleicht schon. Der erste Teil ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ah, schön, dass deine Voice so okay ist. Yay, ich darf zu Circus Baby und mir den Kopf abreißen lassen. Wuhu, ich freue mich schon. Ähm... Übrigens, ich hab... Mir ist ja... Ich weiß jetzt, wieso... Äh... ...die das immer sagt, weil... ...ich geh ja selber durch den Vent. Deshalb... Ähm... Deshalb sagt ihr immer Motion Trigger, also Bewegung. Das ist doch... Es ist kein Stickysteckrad. Let's try another controlled shock. ... Da sieht es nicht... ... ... be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate baby please stand by while I reboot the system I will be offline momentarily during this process various other systems may be offline as well such as security doors vet locks and oxygen commencing system restart I don't recognize you you are new I remember this scenario however it's a strange thing to want to do to come here I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this willingly maybe curiosity maybe ignorance there is a space under the desk someone before you crafted it into a hiding place and it worked for him I recommend that you hurry though you will be safe there just try not to make eye contact okay it will be over soon they will lose interest ja da da bin ich ja letztes mal gescheitert ähm also das heißt letztes mal ich hab's da noch geschafft ähm so ich sollte das jetzt mal zu machen weil da hat er das immer aufgezogen und ich hab halt nicht gewusst dass man das wieder zu ziehen muss ja aber theoretisch kann ich einfach die ganze zeit hier hingucken Battery Showcase Aber ich hab' keine perfcje und ich kann die ganze zeit um Atomic ласти Versteen hat der deshalb möchte ich mal mach ich mal so wie das Spiel es will ich hab mein Kopfhörer aufs übelst laut meine Ohren fliegen gleich weg der darf jetzt nur nicht das Ding aufmachen Mark, wer ist da? The door Peng Nein Es ist meine Tür Lass mir Lass meine Tür in Ruhe Was für ein unverschämtes Ding Es klaut mir einfach meine Tür So ich kann jetzt eigentlich doch meine Taschenlampe die ganze Zeit da lassen oder? Aber wie gesagt ich mach mal so wie das Spiel es will Aber ich werd nicht scheitern Oh das hab ich noch nicht gesehen Ja okay das war jetzt zu spät Ich hab gar nicht gesehen das Ja okay ich werd sterben Ich hab mich Oh Gott Ich hab mich sogar Oh ich hab mich davon schon erschreckt Ähm Ich hab schon gedacht so Hä wieso dreht das sich so? Ich hab meinen Kopf gar nicht bewegt Ja das ist natürlich wieder meine alltägliche Schlauheit Also Wisst ihr ja So ich lass jetzt einfach mal Ich guck mal nur die ganze Zeit auf der Seite hier Weil ich hab nicht vor dem Ding in die Augen zu gucken Hallo da draußen Du willst mich nicht bestimmt auffressen oder? Ich weiß der Satz hat keinen Sinn gemacht Nein Wer sollte denn da ein Zeit sein? Wer? Sag's mir Wer sollte denn da drin sein? Also ich wüsste keinen Wer sollte da drin sein? Also Also du brauchst nicht nachgucken Glaub mir Nachgucken Das würde nur Kraft verschwenden Bitte nicht Ich halte die Tür zu Ich muss noch sagen wer ist da Ah das ist eine schlaue Idee Okay ich cheat einfach Ich lass einfach die ganze Zeit meine Hand da drauf Ich klau dir meine Tür Okay ich hoffe jetzt dass wir nicht für die Jums scared werden Nuh nuh Das stimmt nicht Ich zieh das Du wirst nie Du wirst nie einen Weg in Zeit finden Nie Weil ich es dir nicht erlaube Lass bitte einfach meine Tür los Danke Wer? died auf auf es wird Es war Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Thank you for your patience. It seems that the... Motion trigger. Circus gallery bend. Wenn ich ihre Melodie höre, soll ich... You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the Breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Also ich soll da rein, aber langsam. Ich Norbe. Tauch sein. Ja. 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 Also wenn ich jetzt leise bin, nicht wundern, ich muss halt auf die Musik hören. Der sagt, also der sagt, ich soll schnell machen und der Bezirkus Baby sagt, ich soll langsam machen. Deshalb mache ich langsam. Ich seh das, diese Löhre. Ich hab schon gedacht, das hier ist doch kein Vent. Ah, da ist von Tom Freddy. Also nicht wundern, wenn ich grad so ein bisschen konzentriert bin. Ich passe nur auf, dass das Ding mich nicht kriegt. Leichter. Eine Sache, wollte ich dir sagen, bei Laurel sollst du mal deine Musik ändern, die hört sich nicht cool an. Passiert noch etwas oder? Also komme ich überhaupt nicht weiter nach vorne? Ah, okay. Motion Trigger Breaker Room. You may now interface with the Breaker Control Box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Calm down and go back to three. No, it's here. Okay. Hat der sich bewegt? Der guckt jetzt noch da. Er hat sich nicht bewegt. Wie lange soll ich das hier machen? Aber er bewegt sich nicht. Das ist ein braves, braves eine mit Schwanekchen. Immerhin weiß ich jetzt, wie sich Bonbon anhört. Aber er scheint sich nicht zu bewegen. Was soll ich hier eigentlich machen? Der bewegt sich einfach nicht. Warte, er hat sich bewegt. Der hat gerade in meine Richtung geguckt. Warte, der bewegt sich die ganze Zeit. Könnte man in die Kommentare schreiben, bin ich doof oder bewegt er sich? Nee, der bewegt sich nicht. Oder? Hä? Lol. Ich... Hey, nope. No one is here. Freddy. Äh, kannst du bitte weg gehen? Guck mal, Freddy. Geh bitte weg. Jetzt bist du bestimmt. Geh doch. Wer ist ein feines Freddy? Du bist ein Freundin. Ich muss schnell machen. Fuck. Oh. Der steht direkt vor mir. Ich wusste es. Mist. Ah. Aber damit will ich auch sagen, vielen Dank fürs Zusehen und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Stopp.